Hallo HSV-Fans, es hat sich bestätigt, die Hiobsbotschaft. Der Sieg, gestern ist teuer gekauft worden. Unser Tim Leibold hat einen Kreuzbandriss. Also Timmy, ich wünsche dir alles Gute. Seh zu, dass du das irgendwie überstimmst. Und dann greifst du wieder an. Aber wie gesagt, das ist natürlich noch eine ganze lange Zeit, wo du dich quingeln musst. Aber du weißt, ein Hamburger guckt nach vorne und nicht nach hinten. Für die OP wünsche ich dir alles Gute und für deine Genesung natürlich auch. Und das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ein sehr teuer erkaufter Sieg. Aber wie gesagt, du weißt, es geht immer weiter. Timmy, alles Gute nochmal. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut verläuft. Und so wie ich dich kenne, du bist ein Kämpfer. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi.